Guck mal, da ist Pablo. Er hilft uns mit den Hunden. Was mach ich? Ich hab grad viel zu tun und... Ich kann nicht so gut mit Hunden umgehen. Hunde sind irgendwie... na ja, so hundig. Oh, na gut. Ich bin dabei. Das kitzelt auch kleiner. Ah, das ist Cusco. Er ist neu. Er ist gerade ins Tierheim gebracht worden. Ich hab das Gefühl, dass er Pablo was sagen möchte. Ich kann dich nicht verstehen. Spricht irgendeiner von euch vielleicht hundisch? Was versuchst du uns nur zu sagen, Cusco? Hey, Little Puppy. Ich wünschte, du könntest sprechen. Dora, Cusco hat sich deine Kamera geschnappt. Wo läuft er nur damit hin? There he is. Halt mal. Ich helf mal schnell Dora. Alles klar, Pablo. Wir sind bestimmt rechtzeitig zum Hunde-Adams Klopftakt zurück. Prima. Viel Glück, Leute. Kusco, was hast du dir dabei gedacht? Oh Mann, Dora. Deine Kamera ist total mit Hundesabber beschmaddert. Hoffentlich funktioniert sie noch. Bitte helf mir doch. Was? Seit wann können Hunde singen? Ich wünsch mir so sehr. Pablo, das musst du dir ansehen. Look. Das ist ein bellender Hund, Dora. Nein, nein, nein. Guck durch die Kamera. Bisher waren wir zusammen. Doch jetzt bin ich allein. Cusco, du kannst wirklich singen. Wenn ich meine Kamera auf Cusco halte, kann ich ihn singen hören. Wow, du hast eine magische Kamera? Cool. 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 Cool.